Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft Warp, zusammen mit Nephias, dem Goro-Bai. An dieser Stelle nochmal Glückwunsch zu 10.000. Hab ich ganz vergessen, letzte Folge. Wer hätte daran gezweifelt? Ja, ich. Ich geb's ja zu. Also, hattest du dran gezweifelt? Also, jetzt mal ganz ehrlich, hattest du dran gezweifelt? Also, ich hatte schon Angst, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Ohne Mist. Ja, es gibt genug YouTuber, die ein Jahr lang auf der gleichen Abonnentenzahl standen. Aber haben die dann auch so viele Konten gebracht wie du halt? Gibt's bestimmt. Ich meine, es gibt kleine 10 Abo-YouTuber, die jeden Tag seit 3 Jahren was hochladen und einfach nicht wachsen. Soll's ja auch geben. Oder gibt es. Ja gut, aber zu Anfang ist es ja auch noch ein bisschen anders. Ja, stimmt schon. Wenn da Cobblestone ist, war da Lava drunter, ne? Da, wo du bist, war ich nicht. Außer du bist zurückgegangen. Hallo. Du baust grad hier ab. Guten Tag. Ich bin hier auch rein. Gibt's hier noch Schienen? Aber es ist ein schönes Gefühl, so eine 5-stellige Zahl da stehen zu haben. Ist anders, ne? Das ist schon krass. Ich meine, da ist ja null mehr dran. Lackst du gerade, oder? Ne, wieso? Okay. Ne, weil du da gerade so geguckt hast. Ich bewege mich halt nur so. Achso, ne, das Cobblestone habe ich hier hingepackt, weil das mir zu risky war. So. Ich weiß nicht, wir müssen natürlich noch tiefer sch... Geht's hier jetzt nicht weiter, ey? Ne, Tatsache, hier geht's nicht weiter. Ja, dann müssen wir tiefer. Aber da drüben ging's ja noch tiefer, hier. Hier, oder? Ja, das war die Cave, ja. Können wir benutzen. Wir sind jetzt auf Höhe 20. Dias, komm bei... Bist du noch hinter mir? Ab 15 kann ich hier... Ne, ich bin den anderen Weg gegangen. Ich bin links rum. Ich hab hier eine größere Höhle gefunden. Ich auch hier. Könnte dieselbe sein. Das ist wahrscheinlich in der gleichen... Hier ist Wasser bei mir. Ich höre Wasser, aber ich sehe es gar nicht. Ne, ich glaube, das sind zwei verschiedene Höhlen. Ja. Gerade eine Fledermoske hauen. Aber hier, meine Höhle ist nur... Höhle. Uninteressant. Okay. Jetzt hörst du kein Wasser mehr. Ne. Ich muss gar nicht rüber. Ich muss gar nicht rüber was essen hier. Ah, ich seh die. Ich snack. Ich snack, man muss auch was essen. Ich hab schon zwei Hungerkeulen hier. So. Guten Tag. Oh Gott, hier ist Gold. Hier ist Real Might. Jawohl. Ich hab auch schon was eingesammelt. Ausleuchten. Und Redstone. Und mein Inventar ist voll. Äh. Redwood Sapling braucht kein Mensch. So. Das Problem ist, ich hab Real Might wahrscheinlich geopfert. Und Dalo wusste wahrscheinlich nicht, wie wertvoll das ist. Das ist das Problem. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass Real Might verdammt gut ist. Und dann hab ich's ausprobiert. Und ich denkst du, what? Geil. Voll das geile Zeug. Voll die gute Spitzhacke, weil die voll schnell ist. Was mit dem Gold? Das hast du nicht mitgenommen, oder was? Das hab ich dir mal gelassen. Außer du sagst, ich soll abbauen. Ne, ne. Du musst es sehen, es ist... Warte, geh hier. Geh, warte. Geh hier in die Ecke. Dann siehst du es. Das sieht aus wie ein Pokémon. Aua. Ich hab dich getroffen. Ja. Ich glaub, es ist ein... Willst du den Rest machen? Ist es tot, oder was? Es hat noch 30 Leben. Was? Okay, Leute, ich mach den Rest. Geh weg. Das wehrt sich auch nicht. Also, es kommt gar nicht. Oh, es hat ein Dia verloren, glaub ich. Was hat das da verloren? Du hast das gesammelt. Zwei Diamanten. Echt jetzt? Ja, ohne Mist. Ich will das viel öfter killen. Nein, da ist ein... Oh, hier ist Lava drunten. Hier ist ein Cave Clops. Da wollen wir nicht hin, Goro. Können wir den nicht abschießen? Aber nur, wenn wir safe eine Wand gebaut haben. Warte. Bauen wir eine Wand. Hier ist aber auch ganz viel Lava. Das ist auch real might. Ich bin schärfer auf die Dinger hier unten. Die grünen. Die grünen, die sind auch zum Opfern ganz gut. Und Magical Crops sind eigentlich... Die sind nicht zum Opfern. Ich will mir hier Diamantenbüsche machen. Du Fuchs. Das machen wir uns ein Loch hier rein. Warte. Ah, hier vielleicht. Na. Warte. So. So müsste der ja nicht durchkommen können, ne? Okay. Au. Hab dich getroffen. 80 Leben hat der. Der hat gerade 10 kassiert. Du musst ihn mal ganz durchziehen. Problem ist, dass der immer weiter weg geht. Wie viel kann er noch haben? 17. 7. Ja, ist was. Oh, oh, oh. Was ist da noch? Lava. Okay. Warte. Machen wir ganz easy. Easy. Pass auf, wir brauchen es nicht die Köhle. Jetzt fühlst du das spannend hier. Spiel might nehmen wir mit. Jetzt hat er verloren. Ich hab ihn mal gelootet. Oh, 6 Ream might ingots hat er. Na. Oh, wir kriegen richtig guten Loot heute. Warte. Was hat er noch gedroppt? Oh, ich hör einen Sandcrawler oder so. Wie die heißen. Wir haben noch Sachen zum Opfern gekriegt. Und zwar 2 goldene Pick. Das ist auch gut. Das können wir auch reinschmeißen. Warte, ich muss mal hier ein paar Sachen rausschmeißen. Die Muskeln. Die Digga. Na. Die Muskeln. Irgendwo ein Desertcrawler. Die Desertcrawler. Oh. Ich hab ein Problem jetzt. Lauf. Lauf. Warte. 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 Mach die Wand zu. Wo kam der denn her? Pass auf, der kommt von hinten. Mach hier auch zu. Hast du noch ein, hast du noch ein, ein wooden Plank? Ich hab nämlich keine Dings mehr. Ich hab noch 3 Sticks. Hättest du eine Workbench gehabt? Ne. Ach, guck mal. Ich hab aber noch 64 Woodplanks mit. Ich hab kein Ding gewesen. Okay. Warte, ich muss das erst kochen. Was machst du denn jetzt? Ich muss mir noch ein Pickaxe machen. Achso, wir sollten auch gucken. Wurde mir auch in die Kommentare geschrieben. Ob. Ja. Warte, ich bin hier grad am konzentriert mich umschauen, wo der Cyclops hin ist. Der ist nämlich weg. Ich hör ihn aber. Oh Gott, der schmeißt Steine. Hat der mich erschrocken? Der schmeißt Steine. Hast du das nicht gesehen? Nein, ich hab nur was gehört. Das war ein Stein. Ob wir, ob wir, ähm, rotten flesh in Leder umbacken können. Du kannst ja mal im Nei gucken, wenn ich hier noch berate. Weg kommen wir ja gerade eh nicht, wir haben eh gerade ein Problem. Ne, sieht nicht so aus. Ach so, haben Craps und Grants das nicht hingekriegt, das ist doch einfach nur wie ne Kiste. Ja, das Problem ist, die konnten den nicht rausnehmen, beim Craften ging es irgendwie nicht. Ach so, so ein Bug. Ja, was machen wir jetzt mit dem, ey? Warte, warte, warte. Wir müssen erstmal... Hast du irgendwas? Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Sachen mal ein bisschen sammeln gerade. Eine Kiste, oder was? Nein, ich mein mehr so, dass nicht einer jetzt hier noch mit, was weiß ich, ich hab jetzt zum Beispiel acht Schienen. Hast du noch mehr Schienen oder hast du keine abgebaut? Ne, ich hab gar keine abgebaut. Da kommen Skelette, pass auf. Au, danke dafür. Hast du Gunpowder? Nein. Brauch ich jetzt auch eigentlich nicht. Die Strings auch nicht. Wir haben ein dickes Problem gerade. Hast du Magic Essence oder auch nicht? Nein. Ah, du hast noch Real Might Awe, ne? Nimm du das Gold? Ja, dann kriegst du das Real Might. Ja. Wir haben ein Problem. Was sagt eigentlich der Time Marino? Geht noch was? Ja, was machen wir jetzt? Können wir nicht aufmachen und nicht abschießen, so wie eben? Das Problem ist, der ist da oben links. Und ich weiß nicht, wie stark der im Nahkampf ist. Du hast alles Angst. Echt? Ja. Das ist nicht wahr. Mega Angst vor dem. Ich meine, wir können laufen, wir sind schneller, aber da ist Lava und so, das ist voll gefährlich. Und ich will das hier noch haben. Hab ich ein Herz mehr. Der steht da, warte, 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 der steht da, der steht da. Pass auf, beschütz dich mal. Ja, die sind in der Lava. PvP, man! Ah, der macht vier Schaden. Alter. Wenn du nicht, dann geh weg, dann mach ich. Er kommt, er kommt, er kommt. Hab ihn. Ich snack das Real Might. Fall nicht in die Lava und da war noch Skelette. Pass auf, dass du nicht in Lava geschossen wirst. Alter, der macht vier Schaden mit einem Stein. Vier Herzen weg. Das ist nur ein Zombie, ne? Ja. Da hinten sind die Crawler, da wollen wir auch nicht hin. Wo war ich? Da hinten ist noch was Größeres. Guck mal da hinten, hinter einem Lavasee. Siehst du das? Hier, guck da mal durch. Das ist doch wieder so ein Vieh, das Diamanten gedroppt hat. Hinter dir! Oh, Alter! Das ist doch so ein Vieh, was Lava... Nein, das war nicht so groß. Da ist ein Cavecrawler. Hinter dir kommt ein Zombie, hinter dir kommt ein Zombie. Alter, da hat 250 Leben, das was da hinten steht. Ich mein, über der Lava hinweg können wir das eigentlich killen, oder? 250 Leben, wie willst du die denn wegschießen? Wie viele Pfeile willst du haben? Ich hab noch zwei. Ich hab 23, aber trotzdem. Stimmt schon. Ja, den lassen wir da hinten mal sitzen. Erstmal die Lava gesaved hier. Den lassen wir da mal hinten sitzen. Ja, das ist schon mal gut. Ja, rechts ist noch so was Großes. Goro, wir sind auf einer gefährlichen Höhe, hab ich das Gefühl. Da, guck mal! Perfekt hier! Endswald Drumquicks 250. Können wir da draufhauen, oder? Da sind zwei drin. Geh du mal erst ran und dann... Kritt, Kritt, Kritt! Warte, 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 ich kann doch hier noch das zweite Türchen aufmachen. Oh Gott. Kritt, Kritt, Kritt! Was sind das für Viecher? Drachen. Drachen. Oh, wie lange das dauert. Okay, der hat krasses Zeug verloren. Korrupted Shards. Zehn Stück, können wir uns gut teilen. Boah, alle zehn Stück! Diese Namen haben wir selten, oder? Damit kannst du ein Corrupted Stone bauen. Wenn du neun hast. Was kann ich damit? Das ist die Frage, warte mal. Haben wir Redstone? Hast du Redstone? Ich hab Redstone. Mit dem Corrupted Stone kannst du dir eine Mysterious Clock bauen, oder eine Corrupted Pickaxe? Efficiency 16. Okay, vielleicht soll ich mein Efficiency 1... Mein Real Might hat Efficiency 12. So, zum Vergleich. Ja, dann machen wir uns daraus ne Corrupted Dings, ne? Ja, aber dann müssen wir erst mal ordentlich Drachen killen. Wie viel brauchst du denn? Ja, du brauchst neun für ein Kristall. Und wir haben zehn. Also, wir können uns eine machen, klar. Da ist Creeper Party Dings. Oh, das ist ne Enderspinne, pass auf. Die kenn ich noch nicht. Habt ihr die schon getroffen? Ja. Und? Ja, ist ne Enderman, nur als Spinne. Also, nicht angucken. Nicht angucken, genau. Okay. Äh, ja, wollen wir wieder hoch? Oder wolltest du jetzt Dias suchen? Hier ist noch dein Magical Crops Zeug. Ich hol das mal. Nimm's mit. Oh, hier ist Lava. Hab ich ein Glück. Das war mehr Glück als Verstand. Oh, warte mal. Hier, bitte nicht. Nee, aber ich habe jetzt die Lava weggemacht vor dem fetten Vieh. Das ist nicht gut. Oh, der Cavecrawler kommt. Den krieg ich aber weg. Der kann nix. Nee, der kann auch nix. Der ist weg. Der hat wieder Real Madrid verloren. Der hat wieder Real Madrid verloren. Das ist so gut. Was ist mit dem Großen? Das trau ich mich auf Nahkampf nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn wir uns wieder so ne Schade bauen wir ihm? Okay, hau ab! Lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf! Hoch! Alter. Der hat wieder viel Schaden gemacht. Ah, wobei, wenn wir uns ne Schade gebaut hätten wir das alles kein Problem gewesen. Ja, aber der macht Schaden ohne Ende. Geht's hoch und will Schaden machen? Wenn wir ihn immer runterhauen, müsste es gehen. Der kommt nicht hoch. Ja, einer darf nur runter. Pass auf! Stierf bitte nicht dran. Oh Gott! Wenn du fast stirbst, geh weg! Haust du auch drauf? Ich hau auch drauf. Also wenn er hochkommt, hau ich drauf. Guck auch mal hinter mir, dass da kein Creeper kommt oder so. Ja, ich glaube das ist sogar noch wichtiger, dass wir ihn von hinten angekommen haben. Ja. Der hat nur noch 80. Geh nicht, spring, rotz! Ja, der macht 11 Schaden. Ja. Ich komm hier jetzt gerade nicht hoch. Au, pass auf! 17 noch. Komm, gib ihn! Okay. Boah. Creeper. Achso, der stirbt ja gerade an der Lava. Der ging mir gerade echt der Arsch auf Gladeis. Äh, der hat keine Shards verloren. Oder hast du die? Ich hab nichts. Hast du Magic Essence? Ja. Hier, die kannst du schon mal haben. Die hab ich gerade abgebaut. Ja, dann hat der keine Shards verloren. Voll nutzlos gewesen. Der hat nur Geld verloren. Geil. Und da hinten steht noch einer. Echt? Ja! Warte mal, du hast Pfeile, ne? Ja, soll ich den mal triggern? Ja, warte, 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 warte. Oh, wir haben ihn schon getriggert. Gut. Unsere Wand ist fertig. Ja, geil, da hat er eine Höhle drin. Warte, da kannst du doch einen drüber abbauen, genau. Ne, ist noch nicht. Jetzt? Ich will den halt nicht frei bauen. Nicht weiter! Scheiße, ich sterbe. Ich sterbe. Yes, nein! Nein, das ist nicht wahr! Nein! Da war noch ein Cyclops. Oh, wie gut, wie gern ich dir jetzt gerade spektaten würde. Mann! Nein! Hast du dich versteckt? Ja! Ich war gerade! Das Zeug, das Zeug muss gerettet werden. Das ganze Zeug... Du hattest das real weit! Du kriegst den jetzt nicht zu... Kannst du denn nicht ein Loch machen und irgendwie raus? Hauen? Ich bin ja erstmal weit weg geflüchtet. Oh, dein ganzes Zeug! Das Problem war der Cyclops, der da stand, sonst hätte ich überlebt. Ich wollte halt wegrennen und auf einmal gucke ich da in so ein Auge rein. 11 Schaden, du machst ihn! Ich seh das! Ich hab noch nicht respawn gedrückt. Er hat noch 80. Schaffste! 70! 60! 50! Aber was mit dem Zyklok? Den kannst du einbauen, wenn du gut bist. Das ist direkt eine Wand. Achso, oder siehst du ihn schon? Nee, ich seh den noch nicht. Der ist um die Ecke, genau. Ich trau mich nicht! Bau dir ne Wand! Bau dir erstmal ne Wand da! Hast du ihn getriggert? Nee. Jetzt hast du ihn getriggert. Echt? Er hat gebrüllt. Jetzt hast du mich eingebaut. Jetzt seh ich nichts mehr. Sorry. Nee, ist okay. Ich schrick jetzt respawn und verlass den Server. Ich zieh deine Reamal-Sachen an. Ja, genau. Zieh die an. Und dann baue ne Kiste. Und markiere dir das auf dem Map. Dann müssen wir das holen. Warte mal, du hattest wooden Planks, ne? Ja, eben. Dann kannst du ne Kiste bauen. Die liegen richtig beschissen, die Viecher. Und dann sieh zu, dass du rauskommst und irgendwie noch was in deine Kiste legen kannst. Weil ich hab ja in meine schon was reingelegt, zum Glück. Ich in meine auch. Ich hab ihn jetzt eingebaut. Und dann ist die Frage, ob du Gegenwart machen willst. Fuck man, aber ich komm ja jetzt, ich hab noch eine Minute oder so. Das schaff ich ja nicht. Nee, das schaffst du nicht mehr. Warte mal, es ist halt schwierig, ich muss halt jetzt einmal kurz entscheiden, was ich mitnehmen soll. Alles in die Kiste stellen einfach. Ach ja, stimmt ja. Du kommst eh nicht mehr raus. Da ist das Holz. Top stop. Wie viel Zeit habe ich da noch? Eine Minute. Oh, dieser Kackzyklop, alter. Weißt du, auch die ganze Zeit siehst du die krassen Monster nicht und dann gehst du einmal tiefer als sonst. Na gut, wir könnten halt geloadet werden hier unten, ne? Jetzt findet bis dahin keiner. Was sagst du jetzt? Die ganze Kiste ja auch einbauen. Erstmal den Kram einsammeln. Ich hab gleich zu lange, ne? Dann lock dich aus und scheiß drauf, wenn du das mit meinem Meister hast. Hauptsache das Real Might ist wichtig. Und die Shards. Weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wobei, wir haben später angefangen wieder, ne? Was sagt dein Timer denn? Mein Timer sagt jetzt, äh, jetzt 20 Minuten. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schalte in der nächsten Folge wieder ein. Dann vielleicht wieder mit Nefi. Wir gucken mal. Bis dahin. Seid eure Gute. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.